Hallo liebe Zuschauer, was ist eigentlich eine Warenwirtschaft? In diesem Video erklären wir Ihnen alles, was Sie über das Thema Warenwirtschaft im Allgemeinen und im Besonderen wissen müssen. Die Warenwirtschaft, kurz auch WAVI genannt, ist das Rückgrat eines jeden professionellen Onlinehandels. Afterbuy bietet so ein Warenwirtschaftssystem. Gerade als Betreiber eines Online-Shops oder auch als Marktplatzhändler können Sie mithilfe eines Warenwirtschaftssystems Ihre Prozesse effizienter und strukturierter gestalten. Bleiben Sie auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wir informieren Sie in diesem Video umfassend zum Thema WAVI. Onlinehändler nutzen Afterbuy, die Nummer 1 Software für erfolgreichen Onlinehandel. 14 Tage kostenlos testen auf afterbuy.de Die Entscheidung zur Einführung eines Warenwirtschaftssystems erfolgt in der Regel relativ schnell nach der Unternehmensgründung. Die WAVI ist sozusagen das Arbeitspferd in einer jeden Firma und stellt die Einführung einer strategischen Entscheidung dar. Ein späterer Wechsel ist meist mit erheblichem Umfang verbunden. Kann sich aber immer lohnen, um Ihr Unternehmen zu stärken. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für ein Warenwirtschaftssystem sorgfältig abwägen. Aber bevor wir zu den wichtigen Entscheidungskriterien kommen, hier erstmal eine Definition der Warenwirtschaft, damit wir alle noch besser wissen, worüber wir reden. Die Warenwirtschaft, auch als Warenwirtschaftssystem, kurz WAVI oder WWS bezeichnet, dient der computergestützten Erfassung und Steuerung sämtlicher warenbezogener Vorgänge in einem Handelsunternehmen und auch bei Online-Shops. Diese umfassen sämtliche Mengen und wertmäßigen Veränderungen des Artikelbestandes. Der Prozess beginnt bei der Beschaffung und setzt sich über die Lagerwirtschaft bis hin zum Verkauf bis zur Rechnungserstellung fort. In der Regel arbeiten mehrere Abteilungen bzw. Funktionsbereiche mit der Warenwirtschaft. Das System verbindet die Abteilungen miteinander und ermöglicht auch komplex organisierten Unternehmen effiziente und vereinfachte arbeitsteilige Abläufe. Was in der Theorie komplex klingt, ist in der Praxis ganz einfach. Einzelnd aufgelistet zeigt sich, wie viele Funktionen zentral in einem Warenwirtschaftssystem wie Afterbuy vereint sind. Das sind im Einzelnen die Produktverwaltung, die Kundenverwaltung, die Auftragsverwaltung oder die Rechnungsverwaltung, die Unterstützung des Einkaufs, die Verkaufsverwaltung, die Verwaltung des Lagers, Waren-Ein- und Ausgang inklusive der Verwaltung der Versandwege. Um diese Komplexität für Sie zu veranschaulichen, erklären wir jetzt jede Funktion im Detail und wie genau die Warenwirtschaft an welcher Stelle im Betrieb zum Einsatz kommt. Fangen wir von vorne an. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen neuen Online-Shop eröffnet und sich entschieden, ein neues, erfolgsträchtiges Produkt zu kaufen. Sie haben einen Lieferanten gewonnen und wollen die Erstbestellung platzieren. Nun kommt die neu implementierte Warenwirtschaft zum ersten Mal ins Spiel. Idealerweise legen Sie als allererstes den Artikel, den Sie bestellen wollen, in der Produktverwaltung an. Mithilfe der Auftragsverwaltung platzieren Sie anschließend Ihre Erstbestellung beim neuen Lieferanten, den Sie zuvor schon in die Lieferantendatenbank mit allen Ansprechpartnern abspeichern, um für zukünftige Nachbestellungen vorbereitet zu sein. Bei all diesen Prozessen kann Sie eine Software wie Afterbuy unterstützen. Dann geht's los. Sie bestellen Ihre Produkte. Nach ein paar Tagen steht die erste Palette Ihres Erfolgsproduktes im Wareneingang. Nach der Prüfung wird die Ware nebst Anzahl in die Wawi eingebucht und es wird auch gleich ein Lagerplatz zugewiesen. Von nun an können Sie per Mausklick immer in der Warenwirtschaft einsehen, wo liegt die Ware, von wem habe ich sie bezogen, wann ist sie eingegangen oder auch einfach nur, wie viel Menge noch auf Lager ist. Nun können Sie sich mithilfe der Wawi ans Verkaufen machen. Mithilfe von Listungsschnittstellen können die Artikel nun zum Beispiel im eigenen Online-Shop oder auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay platziert werden. Wie genau das funktioniert, haben wir hier für Sie erklärt. Erfolgt ein Verkauf, egal auf welchem Vertriebskanal, dann läuft die Bestellung automatisch in das Warenwirtschaftssystem ein. Der bestellte Artikel wird für den neuen Kunden reserviert und der Bestand wird automatisch um die bestellten Produkte reduziert. Bald finden Sie in unserem Kanal auch ein Video zum Thema Verkaufsabwicklung. Die Kollegen aus der Logistik können direkt für die jeweilige Bestellung mithilfe der Wawi die Versanddokumente und auch die Rechnung drucken. Zudem wird der Lagerort angezeigt. Nach dem Scan-Vorgang bei der Übergabe an den Versanddienstleister wird der Status des Auftrags- und Systems direkt auf Versand umgestellt. Dank der Wawi geht automatisch eine E-Mail an den Käufer raus und ermöglicht auch die Anzeige des aktuellen Auftragsstatus im Kundenkonto des Online-Shops. Außerdem können Sie den Kunden ebenfalls automatisch um die Bewertung Ihres Online-Shops bitten. Über die Wawi können Sie auch die Buchhaltung bzw. der Steuerberater direkt auf die Gesamtheit der Eingangs- und Ausgangsrechnung zugreifen und die Daten zur weiteren Verbuchung nutzen. Die fortlaufend aktualisierten Artikelbestandsdaten sind dann wiederum eine permanente Hilfe für den Einkauf. Sie wissen immer, wann muss nachbestellt werden, was sind Ladenhüter. Mit einer Warenwirtschaft wie Afterbuy verwalten Sie all diese Arbeitsschritte zentral aus einem System heraus und können Ihr Unternehmen ganz einfach managen. Der Ablauf ist immer im System nachvollziehbar, sodass Sie absolut effizient sind. In der Praxis unterscheidet man zwischen offener und integrierter Wawi. Offene Warenwirtschaftssysteme decken nicht alle der genannten Funktionen ab. Bei ganzheitlichen Systemen wie Afterbuy spricht man von integrierten Warenwirtschaften. Diese bieten in der Regel zusätzliche Schnittstellen für Steuerberater, Banken, Lieferanten usw. an. Über Schnittstellen können zudem Kassensysteme für Ladengeschäfte oder Pop-up-Stores oder Messeverkäufe integriert werden. Mein Fazit. Die Warenwirtschaft gibt Ihnen einen sehr weitreichenden Überblick über das operative Geschäft. Ohne eine solche computergestützte Hilfe können Sie Ihren Onlineshop nur schwer oder mit großem zeitlichen Aufwand professionell betreiben. Man kann sogar sagen, ein Warenwirtschaftssystem ist maßgeblich für den Unternehmenserfolg verantwortlich. Falls Sie sich nach Ihrer Unternehmensgründung zunächst noch mit einer Zettelwirtschaft oder mit Excel-Listen beholfen haben, werden Sie überrascht sein, wie viel Zeit Sie nach Einführung Ihrer Wawi einsparen. Messungen zeigen, dass Sie bis zu sechs Stunden Arbeitszeit am Tag mit Afterbuy sparen können. Sofern wir in diesem Video noch nicht alle allgemeinen Fragen beantwortet haben, freuen wir uns über weitere Fragen in den Kommentaren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Like. Gerne können Sie unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Wenn Sie die Glocke aktivieren, verpassen Sie keine unserer informativen Videos.